Bei der Niere, wie viel Wasser in den Haaren geleitet wird oder eben nicht. Da habe ich noch auf meiner ganzen Liste von Fachtermini zum Thema Alkohol, die nämlich gerade stehen. Ich habe gerade gesagt, das habe ich schon mal gelesen heute. Das ist genau der Stoff, der entscheidet darüber. Übrigens diese Polyphenole, das was der Normalo als Tannine bezeichnet, das was beim Rotwein diesen Geschmack, diesen leichten Geschmack auf der Zunge macht, die Tannine, das sind diese Polyphenole. Das ist das, was quasi so positiv beugt Herzinfarkt vor, Hirnschlagrisiko, Krebs, Demenzerkrankungen, Nierenleiden. Weißt du, dieser crazy Milliardär, der sich irgendwie auf 18 verjüngen will, haben wir letztes Mal drüber gesprochen. Der zum Beispiel hat jetzt aufgehört, Rotwein zu trinken und benutzt diese Polyphenole. Die ist halt sehr gut bioverfügbar, einfach als Supplement. Kannst du einfach in Tablettenform nehmen. Ja, muss quasi nicht Alkohol trinken. Ich glaube, die ist halt für die Alkohol, da draußen mal langzubrechen. So ein schönes Glas Primitivo, also so ein schöner, tanninhaltiger, schwerer, italienischer Rotwein. Das ist ein Thema. Also ich werde jetzt auch nicht...